Hallo und willkommen zurück zu Let's Be L's Hot mit der Lu und dem Ciel. In meinem Zimmer befindet sich Julia. Julia will nichts dazu sagen. In der letzten Folge haben wir gemerkt, dass diese Quest aus welchem Grund auch immer nicht geklappt hat, deswegen mache ich das jetzt auf normal und zwar alleine. Könnte nervig werden. Könnte nervig werden. Könnte nervig werden. Zuck. So. Weiter geht's. Und die Maschine hat ab. Julia hat gerade Spaß auf dem Minecraft-Server, den ich privat für uns angemacht habe. Und da drin. Geht doch ein bisschen futter als ich gedacht habe. Naah. Wow. Eeeh die Nerven, ey. Okay. Okay, right? All right. Ah natürlich habe ich einen übersehen Was sonst? Um. Nein. Ja. 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Das war's für heute. Ja, ja, ja. Okay Okay, das sollte die Quest aber jetzt gewesen sein. Und anscheinend hat Julia den Server verlassen. Okay, da bin ich wieder. Santillo schwer betreten, jetzt schaue ich aber mal nach. Das heißt, auf schwer betreten, was muss ich da machen? Einen Moment. But I need to escape my Okay, da muss ich zweimal auf der Erschaffen. Oh, wenn ich das gemacht habe, kommt danach schon die Restreihe, wo ich jedes Mal ein Level abbekomme. Cool. Ah, jetzt sind wir noch die Maske. Oh. Boah... Lass ich nur gestorben behandeln... Mann, so trinke ich was... Lass ich was... Lass ich was... Heeeeh... Doch... Ich mag dieses Bande... Es beginnt! Super, was abgebrochen. Selbst Arschgesicht. Wenn man sich für den Dungeon anmeldet, sollte man den auch gefällig sein. Vor allem um diese Rollstaff denn sowieso wenig Augen sind. Und nichts an, hmmm, nur zu zweit. Wenn man sich für den Dungeon anmeldet, muss man den Dungeon anmeldet werden. Wenn man sich für den Dungeon anmeldet, muss man den Dungeon anmeldet werden. Wenn man den Dungeon anmeldet, muss man den Dungeon anmeldet werden. So. Wenn man den Dungeon anmeldet, muss man den Dungeon anmeldet werden. Da war ein Windstoß. Wenn man den Dungeon anmeldet, muss man den Dungeon anmeldet werden. Bis dahin. Okay. Wie sieht er eigentlich aus? Ja, 18,8 Prozent. Könnte mehr sein. Ja, 18,8 Prozent. wohl die kiste gesprengt Au! Geht er mit hier? Die Synco ist ewig, der Monster. Schlechte Armut. Au! Ouh... Oh, ist es? Ouh! Wie ist es? Die Synco ist ein Erdung? Oh! Oh! Okay, ich werde ein Erdung! Auch! Oh Gott. Oh, das geht jetzt hier. Oh, das geht jetzt hier. Danke sehr. Das ist ein Wieser-Zudel. das ging schnell es ging aber richtig schnell sie mir mehr wie die mich angreifen will ja 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 Hm. Hm. Wieder mit Karrös. Wuh. Okay, damit beende ich diese Folge. In der nächsten Folge machen wir die Quest zu Ende. Bis dahin. Bis.